Es muss Bewegung in die Tarifrunde für die norddeutsche Metall- und Elektroindustrie. Seit Wochen wartet die IG Metall auf das Ende der Friedenspflicht, um endlich die seit Monaten angekündigten Warnstreiks durchführen zu können. Aus unserer Sicht muss das nicht sein. Die Nordmetall-Arbeitgeber wollen weiterkommen und machen deshalb ein Angebot. Wir haben heute ein attraktives Angebot, wie ich denke, gemacht. Es wird den Mitarbeitern angemessen ein deutlich höheres Entgelt geben. Es wird den Jugendlichen die Zukunft besser absichern können. Und wir werden Arbeitsplätze und Betriebe zukunftssicher gestalten können. Das Angebot von Nordmetall umfasst zuallererst mehr Geld. Die Arbeitgeber bieten eine Lohnerhöhung von 3 Prozent an. Das ist eine mehr als faire Beteiligung an den guten Geschäften. Und 3 Prozent bedeuten auch nach Inflation ein reales Plus im Geldbeutel. Seit 2008 wären das zusammengerechnet 12 Prozent mehr Lohn. Und das über einen Zeitraum, in dem es die schwerste Krise der Nachkriegszeit gab. Bei M&E im Norden gehören die Arbeitnehmer sowieso seit vielen Jahren zu Deutschlands Topverdienern. Mit über 50.000 Euro Durchschnittseinkommen pro Jahr. Es geht uns auch um mehr Chancen in der Ausbildung. 75 Prozent unserer Azubis werden jetzt schon freiwillig unbefristet übernommen. Aber die Nordmetall-Arbeitgeber denken nicht nur an die guten Auszubildenden, sondern auch an die Schwächeren. Nordmetall betreibt seit vier Jahren ein Programm namens Nordchance, mit dem förderbedürftigen Jugendlichen eine Brücke in eine Berufsausbildung gebaut wird. Wir bieten der IG Metall an, solche Brücken künftig gemeinsam zu bauen. Unser Vorschlag, ein Projekt beider Sozialpartner zur Erprobung neuer Konzepte für benachteiligte Jugendliche. Ergänzt durch die Vorbereitungsangebote nach dem Beispiel Nordchance. Die Nordmetall-Arbeitgeber sind sich bewusst, dass Zeitarbeiter künftig mehr verdienen werden. Zeitarbeit wird also teurer. Das heißt, ein Instrument externer Flexibilität wird eingeschränkt. Dafür brauchen die Betriebe mehr innerbetriebliche Flexibilität, um wettbewerbsfähig und krisenfest zu bleiben und um Stammbelegschaften zu schützen. Die Nordmetall-Arbeitgeber wollen deshalb zum einen die Befristungsmöglichkeiten ausweiten und zum anderen die Zahl der Mitarbeiter erhöhen, die länger als 35 Wochenstunden bzw. 38 in Mecklenburg-Vorpommern arbeiten dürfen. Fest steht, für jede Stunde mehr bekommen diese Mitarbeiter auch 2,9 Prozent mehr Lohn. Dieses Instrument ist also gut für alle Beteiligten. Sie sehen, wir wollen weiterkommen. Vielen Dank.